hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video zu ausgleichs videos und in diesem geht es um die community verbesserung die am 29.3.2018 mit postet wurden wer das erste video vom 28 verpasst hat oben rechts habt ihr das ganze in der infobox ja intro der cg erika das ganze geschrieben und er ist player life cycle producer der kinder games aber den großteil meint den spielstudio und vielzeit von vielzahl von teams herauszufinden wie man spieler an verschiedenen punkten ihrer spielerfahrung besteht und stellen sicher dass wir ihre bedürfnisse adressieren der ist tatsächlich sehr aktiv bei uns jetzt im im game changer chat haben wir auf discord einen eigenen server wo er hat die dem crossyspoon mal zwar gelesen hat aber viel geschrieben hat sie nicht aber erst zum beispiel er schreibt jetzt auch viel ließ auch viel und geht auch viel auf unsere vorschläge und probleme so mit ein das finde ich super dass er das macht und ja der ist also jetzt da ziemlich aktiv ja dies bedeutet einen ausgleich zwischen dingen die für älteren spieler neue spiele gedacht sind video play spielen und wahlen die welt und allem dazwischen ich nehme auch einige verantwortung war die sich auf die gemeinschaft beziehen da die nutzung ihrer meinung und rückmeldung eine möglichkeit ist diesen entscheidung priorität einzuräumen ja stichwort mod management das haben wir auch schon gesagt dass die leute das hat er auch uns schon geantwortet das kann ich euch sagen keble games weiß dass das mod management das feature ist was ich alle leute wollen und das problem ist halt wirklich dass sie daran arbeiten aber ja wahrscheinlich noch nicht so richtig wissen wie es wie es verbessern können oder das umsetzen könnte mehr denn es ist ja auch nicht leichter man könnte sagen ok kopiert das einfach von star wars sgo.g ja dass man einfach ein filter hat und dann so sich die mods suchen kann und diverse kleinere sachen wie zum beispiel alle mods entfernt und war da auch gut das soll es jetzt nicht das thema sein weiter geht es um ongoing communication deathblocks und coon ace wo diese kommunikation notwendig ist und wir sie gerade jetzt als reaktion auf mangel der kommunikation für eine weile für eine weile über indizieren damit es jetzt so viel kommt es kam das fragen und antworten im forum dann kommt noch an was haben sie im sechsten vierten noch mal fragen und antworten auf reddit und dann erzählt die ganzen block der box bringt sie auch die videos macht nicht darauf zu aufrecht halten ja besonders da wir einen community manager einstellen wollen versuchen sie einen hier wenn man darauf klickt kann man zu sehen was sie da für antworten haben wir suchen also immer noch einen community manager das war ja die cosi spoon die ist ja nicht mehr da und da suchen sie halt immer noch einen der diesen shop als übernimmt ich hoffe da finden sie bald ein der das auch gut macht und werden sehen wir haben eine menge von den letzten tun an gelernt obwohl es kurzfristig war und nicht zum besten zeitpunkt ja wussten davon auch nichts vielleicht vielleicht davon noch mal ein livestream machen und werde das ganze in einem live stream noch mal mit euch zusammen übersetzen habe ich jetzt so freundin beim durchlesen ja die idee gehabt sehen vielleicht sogar heute abend am samstag oder am sonntagabend mal sehen wann denn so was machen werden ja wir werden ständig gefragt wie die spielentwicklung hinter den kulissen aussieht abgesehen von vielen schreibvorgänge besprechung zu diesem zweck erkunden wir ideen wie video und bilder tagebücher in die usb roll wir würden gerne mehr darüber erfahren was sie in den unverlinkten fred sehen möchten da man sie hier schreiben glaube ich schon einige leute rein so ja feedback umfragen im spiel das haben wir jetzt auch schon ich glaube es ist noch heute das erste mal dass die umfrage jetzt saß das poppt also im spiel auf und da steht umfrage survey heißt auf englisch ja wenn ihr das lest klickt einfach mal drauf wenn ihr ein englisch könnt da könnt ihr halt sachen mit reinschreiben was euch gefällt was ihr welchen charakter ihr gern haben möchtet und auch zum beispiel welche youtuber ihr guckt da bin ich ja auch mit dabei und wäre schön wenn ihr da drauf klicken würdet so falls ihr mich natürlich guckt aber ich denke mal wenn ihr das video hier guckt dann könnt ihr da auch drauf so ja also jeden mal schön wie eine kundenzufriedenheitsumfrage durch das hat das was jetzt noch gekommen ist um feedback darüber zu sammeln wie wir als spielteam vorgehen verwässerungsbereiche zu identifizieren und einen allgemeinen impuls für die gesundheit und gemein der stimmung zu bekommen und ob wir ein aufwärts oder abwärts trend haben seit dem letzten monat ja das ist das ist an sich nicht schlecht allerdings würde ich sagen wenn das jetzt jeden monat gemacht wird irgendwann werden die leute das einfach mal machen wollen da müsste sich kevin games noch was einfallen lassen oben da gewissermaßen ja ich will mal sagen das wird nur die leute dann irgendwann machen wenn es wirklich jeden monat kommen solle wenn man dann am ende eine kleine belohnung kriegt dafür dass man das macht weil ja irgendwann wird es keiner mehr machen es ist einfach so wenn ich jeden monat diese umfrage sehe und es ist immer dasselbe drin stehen vielleicht haben sie noch ein bisschen was anders was dann gefragt wird es wird irgendwann keiner mehr machen das ist aber so das ist aber ein fakt da müssen sie eventuell das müsste ich den dem erik mal schreiben dass da eventuell einen kleinen anreiz geben müssten um diese umfragen ja daran teilzunehmen ich meine wenn immer welche leute geben die das machen und dann aber immer wird es halt immer weniger da bin ich fest von überzeugt äh genau oft haben die rückmeldung aus diesen umfragen einen direkten einfluss auf das was wir für das team als nächstes oder als verbesserung priorisieren ja ich habe zum beispiel bei welches was man am besten oder was macht es nicht jeweils irgendwo mal gefragt wird dass man verbessern soll ja oder was was man als feature haben möchte oder was verbessert werden soll habe ich mod management reingeschrieben das würde ich jedem empfehlen schreibt der mod das mod management bleiben ist dass die da eigentlich mal was weiß ich das halbe team daran arbeiten lassen und in dem monat was weiß ich nichts anders machen und einfach mal das ist eigentlich was passiert wissen mod management weil es ist aber noch nervig genau mods zu managen in dem spiel ist ein graus aber noch das ist also am dreißigsten kam dass ich habe es aber erst gestern erst heute gesehen also ich weiß nicht ob das ja gut andere zeit und so also bei denen war das wahrscheinlich dann egal so genau also die umfragen wie sie jetzt im spiel mit scheinbar jeden monat mal sehen ja die spielwechsler die game changers ja das sind wir ja da bin ich auch alle davon ich persönlich freue mich sehr darauf enger mit unseren partnern im game changer programm zusammenzuarbeiten da einige von ihnen im februar nach sacramento kam da ich ja nicht dabei wohl sehr ganz gut ist ich werde nicht hingefahren wir entwickeln in einer reihe von verschiedenen initiativen um die game changer früher einzubringen um mehr über unsere zukommenden inhalte zu erfahren um ein besseres wege zu finden die großartigen inhalte hervorzuheben die sie produzieren genau besser und vermittler game changer können zur informativen und ausführungsreinheiten führen bleibt dran für eine reihe von videos von kerby und gamechangers da weiß ich noch nicht wie das genau ablaufen wird denke mir auch da werden wieder hauptsächlich die englisch springen was machen weil alles ja das hilft also uns das haben wir nämlich wir wurden nämlich auch noch mal ja mit den leuten wir wurden noch mal gefragt was wir denn wirklich verbessern könnten im game changer programm weil es wirklich wir hatten immer zu wenig zeit für videos dann kamen infos einfach viel zu spät da weil halt gerade zu wenig zeit ist wir hatten für ein video hat man wie zwölf video zwölf stunden zeit und es hat aber nicht gereicht da aber zum beispiel da hat überhaupt nicht geschlafen der ist voll müde auf seiner auf der arbeit ist ja nicht ganz studiert glaube ich irgendwas ja da hat gar nicht geschlafen und eigentlich hat nur drei stunden geschlafen als was und haben halt das video fertig machen wollen und dementsprechend schlecht war es dann halt auch produziert worden ich meine klar vielleicht haben einige die unterschiede gar nicht gemerkt aber sowas kann halt nicht sein und sowas wird jetzt hoffentlich verbessert ja dass man dann infos zu neuen charakteren dass man da ordentlich videos machen können und genug zeit haben dafür und nicht dass innerhalb von weniger als 24 stunden schon fertig haben müssen auch wenn haben wir gesagt dass wir gerne mal selber was aufnehmen würden wenn neue charaktere kommen und wir kriegen ja immer gameplay gestellt von dem server steht ja unten rechts immer da steht unten rechts im screenshot von oder von gameplay des server dass wir selber mal was aufnehmen können und gewissermaßen teams selber zusammenstellen können dass wir das ein bisschen das auch von jedem das ein bisschen unterschiedlich ist weil wir haben ein gameplay video und hier nutzt das und das hauptproblem war dass ja die leute das einfach nicht mal angeguckt haben ja machen wir zum beispiel bei arnold an da brauchen beim cup fan hart nicht mal angucken weil das ist ja genau dasselbe gameplay und so wäre das dann halt ein bisschen unterschiedlich so und zu guter letzt haben jetzt hier noch das beta programm da könnt ihr euch anmelden wenn ihr darauf klickt die seite verlassen das habe ich schon auch mal gemacht ja hier ist eure technische sowie da müsst ihr aber nur euren ja euren account namen vom forum angeben da müsstet ihr natürlich dann auch im account namen haben also mir das ziel leonardo die habe ich aber angegeben dann werde dann eventuell das beta programm aufgenommen das haben jetzt hier wird die territorierkriege gemacht 14.000 spieler haben teilgenommen und ja das werden jetzt wahrscheinlich öfters machen weil es ist es an sich nicht schlecht ja ich hatte bei den dunkelseite territorier schlachten die hatten probleme dann bei den territorierkriegen die hatten auch probleme und sowas kann man halt verhindern indem man alt betas startet ja indem man sagt okay wir machen jetzt ja wie das für bestimmte neue spielmodi für den rails wird das wahrscheinlich nicht funktionieren weil die leute halt mehr so ich weiß auch nicht bei rails ist hat man müsste es ja wirklich machen aber die leute sollen halt überrascht werden wie das der ganze aussieht da und nicht das ganze in der beta dann schon sehen bei anderen spielmodi wie den territorierkriegen oder territorierkrieg schlachten und so weiter ist das vielleicht nicht so wichtig aber so neuer rät da ist natürlich so hat dieses gefühl das hat irgendwie anders gefühl als zum territorial krieg oder schlachten ja keine ahnung liegt und wieder an der machart das spielmodus so ja das war es eigentlich also vielmehr ist jetzt drin community verbesserung ja es kommt also einig auf uns zu und sie sind jetzt ich habe das gefühl sie wollen es sich besser in die community einbringen mehr darauf eingehen was die leute zu verlangen und so schnell wie möglich diese sachen einbauen die am meisten verlangt werden ja ich hoffe das funktioniert auch ganz gut und diese umfragen ist wie gesagt ist schon mal nicht schlecht dass man da reinschreiben kann was man gerne haben möchte und wie man das spiel gerade findet und so weiter das ist nicht schlecht dass schon mal ein guter schritt und dass wir den game changern dass wir da die videos besser machen können wie man auch mehr zeit haben und vielleicht auch besseren besseres gameplay haben und so weiter mehr informationen das ist immer gut es hilft uns das hilft euch ist es besser zum anschauen und beta programm hilft allgemein so leicht jedes spiel eigentlich haben beta-programme wenn neue spiele die eingeführt haben und die meisten spiele haben das ja eigentlich auch wenn man an die ganzen mmos oder mobile games denkt und so weiter also jetzt nicht für handy sind so kram sondern eher für mich zum beispiel war vorne denke oder auf tanks habe ich lange gespielt für wild of warcraft wo ich auch lange gespielt da gab es immer test server wo man bestimmte sachen testen konnte und so hatten halt die meisten fehler die eigentlich wirklich dann wenn man das nicht beheben würde im live spiel extrem auf die nerven gehen würden und einfach spieler verkrauen würden weil das halt nicht behoben wurde ja so wird das halt ja verbessert und das halt behoben bevor es live geht bevor es alle spieler sehen sondern nur bestimmte spieler die jetzt hier sich da angemeldet haben in dem fall bei den territorial kriegen waren 14.000 spieler die sehen konnten trotzdem hat es trotzdem was ziemlich verpackt also ja aber na gut aber das wurde auch erst verpackt nachdem es live war dem herr lag das nicht daran dass jetzt beta programm schlecht war ja wie gesagt das war's und wir sind dann im nächsten video wieder was vom dreißigsten dritten sein wird bis dann vielen dank fürs zuschauen und ich hoffe das video hat euch gefallen über einen daumen nach oben und ein abo wird mich sehr freuen macht's gut und bis zum nächsten video